Manchmal möchte man sein Handschuhfach ausbauen, bei mir zum Beispiel um ein paar Kabel zu verlegen oder neu zu sortieren. Dafür hat man acht Schrauben zu lösen, zwei hier auf der linken Seite, eine hinten, drei hier vorne unter den Plastikkappen und noch mal zwei auf der rechten Seite. Als nächstes die Plastikkappen einfach abhebeln, da empfiehlt sich entweder ein Schraubenzieher oder ein Plastikkeil. Dann die Schrauben mit einem Torx lösen und schon kann man das Ganze einfach rausziehen. Nicht wie ich mit geschlossenem Deckel hier, sondern mit geöffnetem Deckel. Dann ist es auch nicht so ein Gefummel, sondern geht relativ einfach. Hier merke ich es dann demnächst. Moment, genau, so funktioniert es.